damit herzlich willkommen zum vario cup ja das sieht jetzt schon deutlich schwieriger aus hier gewinne ich firecracker so mal schauen wie das jetzt hier läuft und es war nicht ein guter start aber die das sieht gut aus da muss ich ehrlich sagen dass ich gut aus und jetzt hier schon rumdriften und nicht geschafft aber ich kann die hier abschließen und somit bin ich wieder erster aber die strecke ist wirklich also ich fand den dk dschungel ja schon gut aber die strecke ist jetzt noch einiges armes was genau in dem moment ausgewischen ich fand den dk dschungel schon gut aber die ist noch mal einiges besser und hier springe ich einfach um die eng ach ich treffe ihn nur ganz knapp nicht ich weiß auch nicht ob ich auf das fadenkreuz zählen soll oder oder eher auf santos ja ich denke ich muss ja auf das fadenkreuz achten was bringt das jetzt die kurve kurz vor dem ziel das ist natürlich nicht gut dann muss ich genug abstand haben damit das dann nicht noch am ende wo den sie kostet oder ich springe einfach mehrmals dann springt man anscheinend noch besser muss ich mal gucken wie kommt da unten gleich später jetzt kommt die kurve anscheinend wirklich so das war schon die letzte runde cool das war schon die letzte runde cool und bisschen leiser machen so vip player natürlich weiter ähm die das sieht jetzt wie eine ganz andere strecke aus gleich geht's los ja ne anscheinend ist es doch die selbe strecke diesmal habe ich keinen torgestatt hinbekommen habe eigentlich richtig gedrückt aber anscheinend doch ach die banane kann man nur hinten legen was aussieht das ist doch auch mal was was nach hinten etwas was wir nach hinten legen können ok tschak oh jetzt ist sogar jemand reingefahren zuvor äh wo geht's lang hier ah es war es war wieder falsch ich bin sogar 6 jetzt werde ich weiß fahren ja auch nur 6 gegenspieler mit ich brauche Münzen ich bin gleich wieder auf 0 ich glaube wenn man auf nur Münzen ist passiert dann was ich weiß es aber nicht das war auf jeden Fall ein Super Mario Kart so Zeit das müsste ich theoretisch unter die Schaftkurve legen aber am Ende fahr ich dann auch selber rein ich habe gehofft das fährt jemand vor damit ich den sofort abschließen kann aber leider nicht und dann wieder direkt hier um die Ecke ist natürlich ein bisschen langweilig wenn es immer die selbe Strecke ist plus mit einigen Veränderungen aber es ist auch ganz cool tschak schnell ablegen sind reingefahren wieder ein Item mitnehmen hoffentlich kriege ich diesmal die Kurve ein bisschen besser hier schon die Banane weiter niemand reingefahren in der Fahrschluss selber rein aber ich baue wieder einen Abstand aus das ist gut besonders für die letzte Kurve und auch den Boohoo falls mich jemand überholt das ist gut da behalte ich den am besten aber schön viel Abstand ist doch jemand reingefahren vielleicht ist die auch verschwunden ich weiß es nicht und zack Runde 2 geschafft ok Smokescreen und der Bananenschuss ok Snow Wookie ich heiß nicht genau was Wookie bedeutet ich weiß auch nicht wie man es ausspricht ich weiß auch nicht wie man es ausspricht erinnert mich an Wookie oh naja Bananenschuss äh Pile Tag Smokescreen ok das sind jetzt nur Items die man nach hinten legen kann natürlich gut für den Ersten ok ok nicht mal bei Nacht ok schon wieder nicht ich mach irgendwas falsch aber die Nacht gibt der Strecke schon so ein anderes Gefühl ok ja ja jetzt bin ich natürlich letzter da ist es eher weniger gut wenn so viele Sachen auf der Straße liegen aber ich bin direkt Erster cool ey ey ich bin kurz vorbei läuft ganz gut zack zack und um die Kurve und um die Kurve und sie haben sich jetzt bekommen ja oh sie fährt direkt an mich vorbei ah ich dachte es ist die Diversier ja sie ist reingefahren gut Miss Pac-Man ist ja irgendwie mein Hauptrivale, gerade in dem Kampf, also in der, äh, in dem Rennen. Nochmal Miss Pac-Man. Aber ich behalte den ersten. Sie kommt wieder näher. Sie fährt wieder rein, die fährt echt in jedes Item rein, aber holt trotzdem immer wieder auf. Okay, diese, diese Ecke da ist ziemlich gefährlich. Nein, nicht zu weit rausdrücken. Ich hab's zum Glück mal geschafft. Und den Bananenschutz bekommen. High Beam. Okay. Awesome Player. Okay. Wenn ihr es so ausdrücken wollt. Und das ist schon wieder die letzte Runde. High Beam. Items hab ich jetzt zwar nicht angeguckt, aber geht schon. Und, drei, zwei, eins. Ah, ich glaub ich glaub's sieht auch aus. Man muss drücken, wenn die 1 gerade verschwindet. Okay, es bremst anscheinend nicht wirklich aus, wenn man jemanden trifft. Aber ich hab's ja auch schon mehr oder weniger bemerkt. Aber ist ja auch ziemlich unfair. Zack. Ah, nix bekommen, leider. Und direkt. Ja, toll, schön von den Münzen ergriffen. Typisch war hier. Und, fünfter wieder. Ah man, ich krieg kein Item. Komm, schießt euch gegenseitig ab. Ah man. Gut, er schießt einfach seine Alte mal weg. Und, das leg ich jetzt schön hier ab. Aber doch, ja jemand rennt vielleicht. Peach ist reingefallen. Und ein paar Münzen mitgenommen. Und wieder die Kurve verkackt. Das ist mittlerweile schon verstanden. Oh, was ist das? Ah, es blendet. Schon wieder. Ach, weil er mich anfährt. Ich hab ihn noch getroffen, oder soll das? Ist jemand dazwischen gefahren, oder wie? Und? Irgendwie find ich, das trifft nicht mehr. Ziemlich komisch, die Runde. Oh, ja! Nein! Ach, es ist zum Glück noch die dritte. Ich sterfte gerade schon. Oh, da hab ich zum Glück noch was zum Abwehren. Gut. Man sieht's denn hier auch die Itemboxen. Äh, Jacksecker. Das hat auch wieder was anderes. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ich schaff es wirklich immer in der letzten Runde die Kurve noch zu bekommen. Das war's mit dem Vario Cup. So, Challenge Game. Mal sehen, was das ist. Erreiche das Ziel hinter dir. Okay. Hä? Ähm. Ja, das war jetzt nicht gerade schwierig. Und der Vario Cup. Vario. Pokal. Äh, Smoke Appears. Anscheinend hat ja jeder Charakter seine eigenen Items. Wie jetzt gerade dort stand. Äh, ja. Continue. Aber der Part ist jetzt vorbei. Das war's dann. Das nächste Mal geht's zum Pac-Man Cup. Ich hoffe, der schöne Part gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. �